Sir Arthur Conan Doyle Charles Frazier Das Geheimnis des Jack O'Lantern Das Sherlock Holmes Halloween Spezial 2022 Tag 5 Ein Bookstream-Hörbuch, gelesen von Christoph Hackenberg 5. Damals, 35 Jahre später Es war die Nacht zu Samhain. Jack lehnte an der Bar in einer Kneipe. Er hatte seinen letzten Penny ausgegeben. Er dachte an seinen Vater. Daran, als er noch ein kleiner Junge war und der Vater ihm erklärt hatte, dass es keine Rolle spielen würde, wie man sein Geld verdient. Hauptsache wäre, man stelle sich dabei klug an. Oh ja, ein schlaues Bürschchen war er stets gewesen, doch hatte ihn das bisher nicht wirklich weitergebracht. Es war allerhöchste Zeit, wieder seiner wahren Begabung nachzugehen und das Dasein als Hufschmied an den wortwörtlichen Nagel zu hängen. Er kramte in seiner Tasche und durchsuchte sie neuerlich auf eine Münze. Doch sie war ebenso leer, wie sie es vor zehn Minuten gewesen war, als er sie zuletzt durchsucht hatte. Hey, Jack, wie geht es dir? Fragte ihn plötzlich der Mann, der aus dem Nichts erschienen und ganz in Schwarz gekleidet war. Er lächelte ihn verschmitzt an. Jack war nicht nach Konversation zumute. »Was geht dich das an?« schnauzte er den Fremden an. Doch der Fremde lächelte immer noch und schlagartig begannen seine Augen rot wie Feuer zu glühen. Doch der Fremde lächelte immer noch und schlagartig begannen seine Augen rot wie Feuer zu glühen. Jack wich einen Schritt zurück und betrachtete ihn jetzt aufmerksam. Was war das bloß für ein genialer Trick? Das wollte er auch können. »Hey, Mann, wie machst du das mit deinen Augen? Da bekommt man es ja mit der Angst zu tun«, staunte Jack. Der schwarze Mann blinzelte zweimal und das Rot in den Augen war so schnell verschwunden, wie es gekommen war. »Das solltest du auch, Jack. Du solltest wachlich Angst vor mir haben. Ich bin dein Herr und Meister, der König der Unterwelt. Ich bin der Teufel persönlich und ich bin hier, um dich zu holen.« Jack prustete los und hielt sich vor lachenden Bauch. »Gott zum Gruße«, spottete er darauf los. Die Hand des Mannes schnellte nach vorne und umklammerte seine Kehle. Spitze Nägel bohrten sich in seine Haut und Jack japste nach Luft. Plötzlich leuchteten die Augen des Mannes wieder rot und Jack konnte darin das Züngeln der Flammen erkennen. Beschwichtigend hob Jack beide Hände in die Höhe und versuchte zu schlucken. Der Teufel lockerte seinen Griff und lächelte ihn erneut an. »Jack, ich muss gestehen, ich beobachte dich schon lange und ich bewundere dich. Du führst das Leben, das ich mir so vorstelle und deshalb will ich dich auch zu mir einladen.« »Das ist sehr freundlich«, entgegnete Jack. »Jedoch bin ich kein sehr geselliger Mensch. Vielmehr bin ich ein Eigenbrötler, ein Einsiedler. Von daher möchte ich die Einladung dankend ablehnen.« Das Lächeln im Gesicht des Mannes erstarb und er zischte. »Das war keine Bitte, sondern eine unabwendbare Tatsache. Du kommst mit mir.« Doch Stingy Jack kam wieder seinen Vater in den Sinn und was er ihn gelehrt hatte. So sprach er, »Ich werde gerne mit dir gehen, jedoch hätte ich noch eine allerletzte Bitte. Mit Freuden werde ich dir meine Seele schenken, wenn du mir zuvor noch einen Drink spendierst.« Der Teufel überlegte kurz und musste lachen. »Das lässt sich machen.« Der Teufel kramte ebenfalls in seinen Taschen, musste jedoch feststellen, dass er keine Münze bei sich trug. Da verwandelte er sich schnell selbst in eine Münze, um den Drink zu bezahlen. Doch Jack schnappte sich die Münze und gab sie hastig in seine Geldbörse. In der Geldbörse trug Jack stets das silberne Kreuz seines Vaters mit sich. So schaffte es der Teufel nicht, sich zurückzuverwandeln und blieb somit in Jacks Geldbörse gefangen. »Na, was sagst du nun? Nimmst du nun deine Einladung zurück?« fragte Jack. Da ertönte die Stimme des Teufels. »Du verdammter Bastard! Lass mich sofort frei! Was fällt dir ein, den Teufel einzusperren?« »Weil ich es kann,« frotzelte Jack. »Ich gebe dir und deiner verdorbenen Seele weitere fünf Jahre auf Erden, »ehe ich dich holen komme.« »Was sagst du?« schlug ihm der Teufel vor. »Machen wir zehn Jahre daraus und wir haben eine Abmachung.« »Abgemacht«, erwiderte der Teufel. Jack öffnete seine Börse und ließ ihn ziehen. Heute, 2. November 1933. Holmes und ich hatten die restliche Nacht gemeinsam im Wohnzimmer verbracht. Wir saßen in unseren Sesseln und Holmes klärte mich über die Zusammenhänge mit der Rübe, den Kürbissen und Jack auf. Was der Legende nach in einer düsteren Nacht auf Samhain geschah. Um ehrlich zu sein, hörte sich die Geschichte für mich wie blanker Mumpitz an, doch für Holmes schien sie schlüssig. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, weshalb die Nummer 5 auf der Liste des heutigen Tages mit einem Fragezeichen versehen ist. »Wer soll die fünfte Leiche sein?« grübelte Holmes. »Des Teufels makabere Spielchen«, philosophierte ich. »Mir kommt da ein Gedanke.« »Wenn man die Angelegenheit logisch betrachtet, kommt als Fragezeichen nur jemand in Betracht, den wir entweder kennen oder nicht kennen sollten.« »Sprich, der Mörder selbst.« »Der Mörder selbst?« »Aber wenn der Mörder heute plötzlich das Opfer spielen soll, wie soll dann die Tat vonstatten gehen?« sinnierte ich. »Der Gedanke ist nicht ganz von der Hand zu weisen, doch ich befürchte hier, kommen Sie ins Spiel. Wir haben als Hauptakteure einen dämonischen Teufel. Vielleicht ist dieser aber auch Jack selbst. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dann gibt es da noch unseren Mörder. Und schlussendlich Sie. Einer von Ihnen dreien beziehungsweise vieren sollte meiner Schlussfolgerung nach heute die fünfte Leiche werden. Und um ehrlich zu sein, tippe ich auf Sie, konstatierte Holmes. »Und das sagen Sie mir so einfach heißkalt ins Gesicht?« empörte ich mich. »Nüchtern betrachtet, ja«, erwiderte er. »Mir fehlten die Worte. Da plante der Teufel für heute meinen Tod und Holmes fiel nichts Besseres dazu ein, die Sache nüchtern zu betrachten. Ich schlage vor, wir finden so schnell als möglich heraus, wer unser Täter ist. Nur so haben wir eine geringe Chance, das Unabdingbare, doch noch abzuwenden«, sagte er trocken. »Was immer mich vom ewigen Dasein in der Hölle bewahren möge, ich bin dabei.« Damals, fünfundvierzig Jahre später. Zehn Jahre nach seiner ersten Begegnung mit dem Teufel saß Jack wiederum in der Nacht auf Samhain in der Kneipe und trank seine Drinks. Es war inzwischen spät geworden und er war einer der letzten drei Gäste. Vom Teufel fehlte bis jetzt jede Spur und so beschloss er vergnügt, nach Hause zu gehen. »Oder sollte er doch lieber noch eines der Freudenhäuser aufsuchen?« Die kleine Rothaarige hatte es ihm angetan, wobei ihm bei seinem letzten Stelldichein der Gedanke gekommen war, »Es könnte den Haaren wegen vielleicht sogar der Teufel sein, der ihm da gerade Lust bescherte.« Der Gedanke gefiel ihm. Somit gefiel ihm auch das Mädchen. Er lächelte voller Vorfreude, »Jawohl, er würde zuerst noch das Freudenhaus aufsuchen.« Doch als er schließlich an die Tür klopfte, um Einlass bat und nach Melissa fragte, sagte ihm die Madame des Hauses, »Melissa ist heute nicht da, Spurlos verschwunden, das dumme Ding. Komm morgen wieder.« Somit knallte ihm die nach Alkohol und Schweiß stinkende Frau die Türe wieder vor der Nase zu. Enttäuscht zog Jack von dannen und fragte sich tatsächlich, ob er mit seiner Vermutung Melissa betreffend doch recht hatte. »Hallo, Jack.« ertönte eine verführerische Stimme hinter ihm. Da war er also wieder und keinen einzigen Tag zu spät. »Hallo, Satan.« grüßte Jack zurück. Lange hatte er über eine neuerliche Begegnung gegrübelt und sich Gedanken gemacht, wie er den Teufel erneut überlisten könnte. Trotzdem war er, da es nun wirklich so weit war, doch sehr aufgeregt. »Bereit mit mir in die Hölle hinabzufahren?« fragte der Teufel leicht hin. »Bereit, wenn du es bist«, grinste Jack. Der Teufel überlegte kurz. Dann sagte er, »Stingy Jack« oder auch »Drunk Jack« oder »Welchkosenamen die Leute aus deinem Dorf sonst noch für dich haben.« »Du hast deine letzten zehn Jahre wahrlich gelebt. Ich bin stolz auf dich«, schmeichelte ihm der Teufel. »Das freut mich sehr«, entgegnete Jack. »Und da wir beide uns so gut verstehen, da hätte ich noch eine allerletzte Bitte an dich.« Der Teufel überlegte. Nur zu gut wusste er noch, was vor zehn Jahren geschah, als Jack ihn schon einmal um einen Gefallen bat. »Das kann ich dir noch nicht versprechen«, antwortete er. »Sag mir zuerst, worum es geht.« »Aber natürlich, alter Freund, ich wünsche mir noch eine Henkersmahlzeit von dir. Und zwar ein Apfel, soll es sein. Hier, gleich von diesem Baum.« Der Teufel schaute sich den Baum ganz genau an, und als er daran keine Gefahr für sich erkennen konnte, willigte er ein. So kletterte der Teufel Behände auf den Baum und wollte Jack den Apfel pflücken. Jack hingegen zückte blitzschnell sein Messer, das Gute, das er ebenfalls von seinem Vater geerbt hatte, das mit den schönen Ornamenten am Griff. Und schnitzte in die Rinde des Baumes ein Kreuz. Wie oft hatte er diesen Vorgang in den letzten zehn Jahren geübt. Und tatsächlich, es hatte geklappt. Der Teufel saß hoch oben auf dem Baum und konnte nicht mehr heruntersteigen. Ah, da habe ich dich doch wieder gefangen, triumphierte Jack und verhöhnte den Teufel. Schenke mir weitere zehn Jahre auf Erden und ich werde dich wieder herunterlassen, schlug Jack vor. Nein, sagte der Teufel mit gespaltener Zunge. Du lässt mich herunter und ich werde deine Seele bis in alle Ewigkeit in Ruhe lassen. Das ist doch noch viel besser, dachte sich Jack und entfernte daraufhin das Kreuz. Doch ihm war in diesem Augenblick noch nicht bewusst, was das Versprechen des Teufels wirklich bedeuten mochte. Heute, 2. November 1933. Holmes und ich hatten Scotland Yard einen Besuch abgestattet. Wir baten Inspektor Walford sämtliche Ermittlungsakten sichten zu dürfen. Süffisant reichte er uns diese und sprach, vielleicht war es doch nicht so unklug, sämtliche Zusammenhänge, Freunde, Verwandte und Bekannte zu dokumentieren. Das war mit Sicherheit nicht unklug, Inspektor. Und es gehört doch auch schließlich zu ihrer Arbeit mit dazu. Doch weder haben sie bisher damit einen weiteren Mord verhindert, noch sind sie in der Lage daraus irgendwelche Verknüpfungen zu erschließen, wären sie jetzt so freundlich, fragte Holmes höflich. Verärgert reichte Walford ihm somit die gewünschten Akten. Wir verzogen uns damit in eine ruhige Ecke und gingen die verschiedensten Kontakte, Daten und Namen durch. Inspektor Walfords Männer haben saubere Arbeit geleistet, stellte Holmes anerkennend fest. Vielleicht sollten sie ihm das auch genau so sagen. Ihr Verhältnis wirkt in letzter Zeit öfters ein wenig angespannt, sagte ich daraufhin. Holmes sah kurz von den Akten auf und ließ ein einvernehmliches Brummen hören. Erinnern Sie sich an die erste Leiche, die Hebamme? Anne Hughes, fragte Holmes. Ich nickte. Selbstverständlich Holmes. Mrs. Hughes hatte zwei Töchter, die ältere Olivia Morgan, die sie auch gefunden hatte und eine zweite Elsie Field, die etwas außerhalb der Stadt wohnte. Der Nachname war uns bisher nicht bekannt. Ganz recht, Holmes, stimmte ich ihm zu. Glauben Sie nicht auch, dass sich über die Jahre hinweg aus Old Field vielleicht ein Field machen lässt? Sinnierte Holmes. Somit wäre er der Schwiegersohn der Verstorbenen und vielleicht ein weit entfernter Nachkomme des wahren Jack Oldfield. Und erinnern Sie sich noch, was die ältere Schwester Olivia Morgan uns über Elsie erzählt hatte? Sie hätte vor Jahren schon solche Probleme in ihrer Schwangerschaft gehabt. Das bedeutet für uns, dass der Schwiegersohn mit dem Lehrer bekannt sein konnte, als Elternteil eines Schülers, ebenso wie mit dem Pfarrer Bancroft und der kranken Schwester Nancy Rogers. Nun konnte ich das Leuchten in Holmes Augen entdecken, das mir über die letzten fünf Tage gefehlt hatte. Er hatte endlich seine Spur gefunden. Er war ganz nah dran und er fühlte es. Inspektor Warford schrie er. Der Inspektor kam wenige Augenblicke später zu uns und Holmes stellte gleich seine Frage. Wissen Sie zufällig wie der Mann der jüngeren Tochter von Mrs. Hughes unserer ersten Leiche hieß? Walford grübelte. Steht das da nicht vermerkt? hakte er gereizt nach. Nein, leider nicht, obwohl ich ihre ansonsten lückenlose Dokumentation aufs Äußerste loben muss. Wirklich sehr gute Arbeit, Inspektor. Inspektor Walfords Miene wurde sichtlich weicher. Auch ihm hatten die Morde der letzten Tage zugesetzt und eine ausgesprochene Anerkennung von Holmes streichelte sein geschundenes Ego und verlieh ihm zusehends neue Kräfte. Sommersby, kommen Sie doch bitte kurz einmal her, rief Inspektor Walford nach einem seiner Untergebenen. Ein schmaler kleiner Mann eilte sofort zu ihm. Was kann ich für Sie tun, Sir? Sommersby, Sie haben doch ein ausgezeichnetes Gedächtnis und die Befragung der beiden Töchter von Mrs. Hughes notiert. Können Sie sich zufällig noch an den vollständigen Namen des Mannes der jüngeren Tochter Elsie erinnern? Sommersby überlegte nicht lange. Selbstverständlich, Sir. Der Mann hieß Field, Jack Field. In Holmes Gesicht trat ein triumphierendes Lächeln. Einen noch passableren Kandidaten als Mörder hätte selbst der Teufel nicht besser auswählen können. Damals, 75 Jahre später. Jack Oldfields Zeit war abgelaufen. Er hatte sein Leben gelebt. Er hatte gesoffen und gehurt und das ein oder andere krumme Ding gedreht. Als er am Morgen, gleich nach dem Erwachen bemerkte, dass er nicht mehr in der Lage war, aufzustehen, griff er nach seinen am Nachttisch gehorteten Schnapsflaschen und hatte sich regelrecht zu Tode gesoffen. Sein Herz hatte gegen Nachmittag schlussendlich seinen Betrieb eingestellt und aufgehört zu schlagen. Nun war es soweit. Jack stand kurze Zeit später vor der Himmelspforte und bat um Einlass. Doch ein Mann namens Petrus lachte nur spöttisch und sagte Jack Oldfield das kann doch nicht dein Ernst sein. Glaubst du wirklich du kannst es dir hier oben bei uns gemütlich machen und mit den Engeln um die Wette saufen? Hier bist du ganz gewiss falsch. Ich würde an deiner Stelle zwei Etagen tiefer vorstellig werden. Und der Mann namens Petrus knallte ihm die Himmelspforte vor der Nase zu. Auch gut, dachte sich Jack. Wer will schon in diesen langweiligen Himmel, wenn er es in der Hölle schön warm und aufregend haben kann. So machte er sich schließlich auf in die Hölle. Am Höllentor empfing ihn auch schon sein alter Bekannter, der Teufel. Gott zum Gruß, höhnte der Teufel, wie einst es Jack selbst getan hatte. Aber nein, das kannst du ja nicht, dort droben will dich ja keiner haben. Ich mag dich, Teufel, sagte Jack. Wir zwei werden uns sicher gut verstehen. Und Jack machte Anstalten durch das Tor hindurch zu treten. Doch der Teufel stellte sich ihm in den Weg. Nein, mein Freund, sagte er. Für dich ist hier kein Zutritt. Oder hast du bereits vergessen, was ich dir damals versprochen hatte? Ich werde deine Seele in alle Ewigkeit in Ruhe lassen. Und glaube mir, Jack, die Ewigkeit ist eine verdammt lange Zeit. Gibt es denn nichts, was ich tun kann, damit du dein Versprechen zurücknimmst, fragte Jack hoffnungsvoll. Lass mich kurz überlegen. Ich will mal nicht so sein. Du bringst mir die Seelen der fünf Leute, die dir im Leben je etwas bedeutet haben oder nett zu dir waren. Da wäre also die Seele der Hebamme, die dich auf die Welt gebracht hatte, Anne, dein Lehrer, Joseph, der gutmütige, jedoch leicht trottelige Pfaffe Blake, die Krankenschwester Nancy, die sich so herzzerreißend um deinen Vater gekümmert hatte und zu guter Letzt die Seele von Jack Oldfield. Er war dir stets am wichtigsten. Jack schien verwirrt. Wie soll ich das denn machen? Alle bis auf mich sind im Himmel und ich bin verdammt und kann mich dir nicht opfern. Der Teufel lachte laut. Dann musst du wohl dort hin zurück, wo du hergekommen bist. Doch es war dunkel und windig und der Weg war weit. So bekam schließlich der Teufel Mitleid mit Jack Oldfield. So schenkte er Jack eine glühende Kohle direkt aus dem Höllenfeuer. Jack packte die Kohle in eine ausgehüllte Rübe. die er als Wegzehrung mitgebracht hatte und ging von dannen. Seitdem wandelt seine verdammte Seele mit der Laterne durch die Dunkelheit. Heute 2. November 1933 Holmes Holmes und ich waren auf dem Weg zur Wohnadresse von Jack Field. Wie wir von Mr. Summersby weiter in Erfahrung bringen konnten, war seine Frau Elsie Field, seit sie vom Tod ihrer Mutter erfahren hatte, bei ihrer Schwester Olivia Morgan zu Besuch. Jack Field war somit, so hofften wir, alleine zu Hause anzutreffen. Die Fahrt verlief äußerst schweigsam. Jeder von uns hing seinen eigenen Gedanken nach. Holmes war wohl mit den Zusammenhängen und Verknüpfungen des Teufels und seinen Absichten beschäftigt, ich hingegen mit der Vorstellung heute, meinen letzten Tag auf Erden zu verbringen. Holmes, Sie wissen, dass ich neben meiner Mary begraben werden will, fragte ich meinen Freund und riss ihn somit aus seinen geistigen Erfindungen. Auch würde ich mir weiße Lilien auf meinem Grab wünschen. Zudem dürfte ich sie bitten als mein langjähriger Wegbegleiter und bester Freund die Trauerrede und den Nachruf für mich abzuhalten. Aber selbstverständlich versprach mir Holmes. Doch ich war enttäuscht und trug dies auch zur Schau. Kein Aber, Watson, Sie werden heute nicht sterben, oder ein Machen Sie sich keine Sorgen, Watson, es wird Ihnen nichts geschehen. Mein lieber Freund begann Holmes. Ich kann Ihnen doch nichts versprechen, was ich nicht hundertprozentig zu halten vermag. Na dann. Heute, vor fünf Tagen. Jack wanderte die Jahrhunderte über in der düsteren Leere und Dunkelheit der Zwischenwelt. Doch nun, wie alle Jahre wieder, war es endlich soweit. Samhain stand vor der Türe und die Tore in und aus der Zwischenwelt standen weit offen. Er hatte all die Jahre über in jenen fünf Tagen seine Hausaufgaben gemacht. Die Seelen seiner fünf bedeutsamen Personen waren längst auf die Erde zurückgekehrt und waren wie einst vor Jahrhunderten in ihren Lebensaufgaben beschäftigt. Nun brauchte er einen Plan. Er würde sich einfach selbst als Teufel ausgeben und den Menschen den armen Tölpel, der seinen Platz im Leben eingenommen hatte, dazu bringen, alle zu töten. Jack Field, wie könnte es anders sein, arbeitete als Kürbisverkäufer und das recht erfolglos, wie Jack gönnerhaft feststellte. So erschien er ihm am ersten Tag, an dem die Schranken der Welten ineinander verschmolzen am 29. Oktober und verführte ihn. Er wusste, womit der unbescholtene Jack Field zu ködern war, war er doch ein Schatten seines damaligen Selbst. Er versprach ihm ewiges Leben und Alkohol so viel er nur tragen konnte und das war nicht einmal gelogen, denn mehr als er tragen können würde, würde er in der düsteren Leere der Zwischenwelt nicht erhalten. Er instruierte sein neues Ich und übergab ihm feierlich seine Liste. Nun würde er nur noch abwarten müssen und dem Grünschnabel gelegentlich unter die Arme greifen. Doch wäre es nicht klug, einen Plan B in Petto zu haben? Und des Teufels Zufall schickte geradewegs zwei alte Männer um die Ecke, die für ihre Enkelkinder drei Kürbisse kauften. Einer von den beiden sah sehr gerissen aus und Jack hatte ein wenig Respekt vor ihm, doch der Zweite, er wirkte ein klein wenig verloren und somit traf er seine perfekte Wahl. Heute, 2. November 1933 Holmes und ich klopften vergeblich an die Haustüre von Jack und Elsie Field. Es ist wohl niemand zu Hause oder wir kommen gar zu spät, klagte ich. Holmes, gehen Sie zur Seite, ich werde versuchen, die Türe aufzubrechen. Doch Holmes trat nicht beiseite, sondern betätigte einfach den Türknauf. Es ist offen, sagte er überlegen. Wir traten ein. Im Inneren herrschte eine düstere Atmosphäre. Die Vorhänge waren zugezogen und ein seltsamer Rauchgeruch stieg uns in die Nase. Ich blickte mich um und konnte ein schwaches Kerzenflackern aus dem Nebenzimmer erkennen. Holmes, hier drin, zeigte ich meinem Freund meine Entdeckung. Seien Sie vorsichtig, Watson. Geben Sie Ihrem Nachruf die Chance, noch ein Weilchen ungehört zu bleiben. Es ist wohl besser, wenn Sie vorangehen, sagte ich daraufhin und schob meinen aufkeimenden Übermut schnell beiseite. Als wir das Zimmer betraten, erstarrten wir beide. Am Boden lag Jack Field. Doch er war nicht etwa tot. Nein, er lebte und blickte uns mit wachen Augen an. Mr. Field ist alles in Ordnung bei Ihnen, fragte Holmes besorgt, was meines Erachtens nach etwas überzogen schien, da das Kerlchen vor uns für vier Morde verantwortlich war. Kommen Sie nicht näher, schrie Jack Field. Erst jetzt bemerkte ich den einzelnen Kürbis, der oberhalb seines Kopfes Position gefunden hatte. Er leuchtete hell und warf eine wild verzerrte Fratze als Schatten an die Wand. Plötzlich hörte ich wieder diese verführerische Stimme. Es war Marys Stimme. Johnny, wie schön, dass du da bist. Siehst du den Mann vor dir liegen. Er alleine ist der Grund, weshalb wir noch nicht zusammen sein können, aber sieh genau hin. Er opfert sich. Schnell, behende es. Stich zu. Und augenblicklich hielt ich ein Messer in meiner zittrigen Hand, eines, dessen Knauf mit Ornamenten verziert war. Ich wusste nicht, wie mir geschah und diese Trance begann sich wieder über mich zu legen, mich förmlich zu verschlucken. Saghaft schritt ich auf den am Boden liegenden Jackfield zu. Ich spürte, wie mich ein fester Griff um meinen Oberarm zurückhielt. Watson, nein, tun Sie das nicht. Aber ich reagierte nicht auf Holmes zurufen. Ich wollte, doch ich konnte nicht. Doch blitzschnell, ohne auch nur eine Sekunde lang zu zögern, sprang Holmes auf mich zu, entrang mir das Messer, wirbelte herum und stieß es der Gestalt mit Marys Stimme mitten ins Herz. Augenblicklich fiel der Trance Zustand von mir ab, und ich starrte auf die Gestalt, von der ich glaubte, es sei der Teufel persönlich, doch dann änderte sich sein Gesicht ein allerletztes Mal. Es war Jack Oldfield. Sein geschockter Blick blieb an seinem eigenen Messer in seiner Brust hängen. Wie können sie mich töten? sprach Jack Oldfield mit erstickter Stimme. Du bist hier in unserer Welt, Drunk Jack. In unserer Welt kann man sterben und ich schicke dich genau wieder dorthin, wo du hingehörst. Für alle Zeit in die Zwischenwelt. Jack Oldfields Gestalt sackte langsam in sich zusammen, ehe sie sich komplett in Luft auflöste. Der zweite Jack am Boden hatte zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren und kam nun langsam wieder zu sich. Wir würden ihn Inspektor Walford übergeben. Ob Holmes ihm die Wahrheit erzählte oder ihm irgendeine Geschichte auftischte, das konnte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Der Schreck saß mir tief in den Knochen und ich konnte mich kaum mehr auf den Beinen halten. Watson, sehen Sie da, forderte Holmes mich auf und zeigte auf den letzten Kürbis. Langsam begann das Licht zu flackern und die Flamme wurde immer kleiner, so als entziehe man ihr den benötigten Sauerstoff, bis sie schließlich endgültig erlosch. Jack ist in seiner ewigen Verdammnis angekommen, erklärte Holmes. Tja, wer sich mit dem Teufel einlässt. Oder mit ihnen fiel ich meinem Freund ins Wort und grinste ihn erleichtert an. H H H H H Untertitelung. BR 2018